Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Miscreated zusammen mit Kita. Und wie ihr vielleicht festgestellt habt an der schönen Helligkeit, die es hier gibt, sind wir nicht mehr da, wo wir vorher waren. Der Server, auf dem wir vorher waren, hat irgendwie unser gesamtes Gear nicht gespeichert. Deswegen haben wir gesagt, wir machen nochmal neu. Und jetzt haben wir auch ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Zum Beispiel Kita und ich haben bereits eine Waffe. Ich habe ein Fahrrad gefunden. Und jetzt können wir uns tatsächlich hier auch schön breit machen. Ich habe auch die Materialien schon für die Plotzeien, die craftig machen. Ein paar Puff. Sei Dank. Keine Nägel suchen mehr. Yay, keine Nägel suchen. Und dann fange ich auch an, hier ein bisschen rumzugurken. Gut. Place. Place? Ah. Okay, warte mal. Machen wir mal so. So? So. Haha! Papa! Es steht! Es steht! Jetzt gehe ich hier ein paar, ein bisschen Holz sammeln. Oder wir können es auch so machen, dass du Holz sammlest und ich wieder crafter. Also ich freue erst mal Platz im Inventar, sonst kann ich kein... Craften. Craften. Ach so. Habe ich nie getan. Hat sie schon. Nein. Das kann keiner beweisen. Wir können es beweisen. Das sieht voll lustig aus, mit so einem Beil den Bauch zu schlagen. Ja, du musst jetzt allerdings kurz warten, bis du mir das nicht sie gibt, weil ich nämlich ganz dringend noch erstmal craften muss. Bevor ich hier überhaupt... Kann ich das auch trotzdem schon wegschmeißen, oder nicht? Ne, dann irgendwann disappeart es dann auch. Also musst du kurz warten. Ähm. Furnitur. Ne, ich brauche keine Furnitur. Ich brauche... Plattforms. Floorpanel. Drei Stück. Okay. Komponents. Floorpanel. Floorpanel. Floor, Floor, Floor. Woodfloor. Klampl. Woodfloorpanel. Also brauchen wir doch nur Lumber. Okay, dann crafte ich mal hier ein bisschen Lumber. Lumber, Lumber. Ich bin jetzt der Lumberjack. Lumberjack. Ja, ha, ha, ha. Apropos Lumberjack. Wann spielen wir denn mal wieder, äh, hier, Freitag der 13. Von mir aus können wir das nachher auch tun. Vielleicht hätte ich mal wieder Lust, aber alleine lohnt sich das auch nicht. Da hast du nicht viel Spaß bei, wie bei uns. Ja, das Problem ist, dass ich heute gewünscht wurde, dass wir, äh, Rainbow spielen. Also, es wurde sich gewünscht. Also, deswegen, äh, Puff. Äh, Komponents. Nee, nicht das. Plattforms brauche ich da. Woodfloorpanel. Drei Stück brauche ich dafür. Also brauche ich nochmal zwei Lumber. Jetzt kannst du wieder Holz rauszuschwerfen. Bitteschön. Arigato gozaimasu. Ja, Kita lernt ja jetzt das Japanisch. Ja, also ich bin erstmal, ich lerne nicht die Schrift, bevor ich das Restliche lerne. Also schriftlich und dann sprachlich. Ich will es ja richtig machen. Komplett bin ich nur die Sprache können. Deswegen kann ich jetzt mit ihr Japanisch reden. Ich verstehe auch einiges, aber nicht alles. Und Antworten tue ich schon noch nicht. Ja, ich bei der Aussprache ja noch nicht. Ja, ich habe letztens, äh, dir dabei zugehört, wie du versucht hast, im Stream Japanisch zu reden und bin, äh, auf die Barrikaden gegangen, fast. Habe ich ja nicht geredet, auch ja. Das ist irgendwas mit Genki Deska und so gesagt, aber das ist furchtbar schlecht ausgesprochen worden. Ja, ja, immer diese, diese netten Mobbereien unter Freunden, ne? Weiß ja. Ärgern kann. Der nächste Zombie gehört dann dir. Ich habe, im Gegensatz zu dir, auf diesem Server schon vier Zombies erledigt. Ich habe erst einen gehört. Das war der hinter der Scheune vorhin. Ja, und ich habe vier schon erledigt. Also. Ich bin besser. So einen Nachschub brauchst du, muss man sagen, ne? Ähm, warum kann ich das jetzt nicht placen? Ich habe doch hier... Äh. Muss ich das jetzt erst mal anwählen, oder was? Bein kaputt sein? Ach ne, ich kann das nur einpacken, okay. Hm, komisch. Crafting. Crafting. Hm. Floor. Also, Srams, Shelter, Storage. Ja, wie ihr seht, ich bin richtig Profi da drin. Also so richtig Profi. Und zwar absolut gar nicht. Puh. Hm. Place. Also irgendwie müsste das doch hier geplaced werden können, oder nicht? Ah, hier. Okay, machen wir das so. Ich tue mal unsere Plotzeiten ein bisschen anders setzen. Und... Ja, dass wir das hier hinten... Weil hier hinten lässt sich das nicht placen. Okay. Warte mal kurz, ich werfe mal schnell Holz raus. So. Aua. Hä? Ach so, ich kann nicht, weil ich zu overrated bin. Ähm, da muss ich das hier raussetzen. Das mit dem Aufheben ist echt manchmal hakelig. Gut, dann machen wir das hier. Place. Place. Hallo, placen. Okay. Dann haben wir das hier. Jetzt schnell die Sachen aufheben, sonst sind die weg. Wir machen hier Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. Übrigens nicht wundern, wenn Kita heute so leise ist, sie ist krank. Weil für alle, die sich jetzt gewundert haben, höh, redet ja nur die Kira, das ist voll doof. Das soll ich auch groß reden, wenn du da craftest. Das ist auch, äh... Sag mir doch, dass du Holz brauchst, Mann. Ich brauche Holz. Ja. Hm, okay. Dann will doch mal... Aber du hast gesagt, das soll ich nicht so viel rauslegen. Ja. Hab ich. Also, ich brauche noch mal Lamba. Lamba, 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 Lamba. Ich fühle mich übrigens von meiner Katze ein bisschen verarscht. Kita hat es ja nur mitbekommen, als es noch vor der Aufnahme war. Mein Kater hat sich hinter mich gesetzt. Also wirklich, direkt hinter mich. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Das ist voll unbequem. Katzen. So, das sind jetzt drei. Vier. Magst du das hier mal mitnehmen? Das brauchen wir für später. Da. Dann müssen wir das Holz geben. Ein Inventar ist voll durch das Holz. Moment. Crafting. Was hatte ich jetzt gesagt? Plattforms. Da. Craft. Das ist nicht auf. Weg. Weg. Egal. Dann sammle ich mir da eben noch ein bisschen was. So, einmal Place. Also ich mache hier so so eine viermal. Also viermal eine Plattform. Dann ziehe ich hier unser Ding drum. Ah, ich seh ja schön. Ich seh nix. So, jetzt. Nee. Das war jetzt dumm gelegt. Das kann ich jetzt irgendwie nicht mal aufheben. Kann ich nicht aufheben? Schon. Also nicht auf die Plattform legen. Das ist voll blöd. Komm ich nämlich nicht dran. Und jup. Ich bringe. Jetzt. Ich da vor. Ja, das kann ich anwählen. Ob das hier nicht ist. Ich kann es wirklich nicht anwählen. Ich hatte es gerade. Ah, jetzt. Sehr schön. Ich habe das halt aufgesammelt. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann mache ich mal weiter hier am Craften. Das ist für euch total spannend. Ich weiß, aber es muss getan werden. Und es war mir lieber, dass ich das jetzt hier mache, in der Aufnahme, als dass ihr dann vor einem vollen Haus steht und dann gar nicht mehr wisst, wo wir eigentlich sind und was wir tun und wieso und weshalb und warum. Wer, wie, was, der, die, das. Entschuldigung. Ich bin heute ein bisschen aufgedreht, aber das kennt ihr ja von mir. So oder so schon. Das. Was geht draußen gerade bei mir ab? Weiß ich nicht. Was ist denn bei dir draußen? Das schweigt einer rum. Okay. Ja, wenn er das lustig findet. Oder ein Lautsprecher. Okay. Zombie-Apokalypse? Kita? Oh ja. Bitte. Ich wäre die erste, die gefressen wird. Näher kommt auch an, wie gesagt, der Zombie dann wäre, weil neben mir habe ich immer irgendwas liegen, was ich bestimmt benutzen kann. Oh, das ist blöd, gell. Ich habe ein Cuttermesser neben mir liegen. Warum? Für Pakete. Kita ist merkwürdig. Da stimmt ihr mir bestimmt alle zu. Entschuldigung, ich bin immer vorbereitet. Außer heute. Nein. Ich brauche deine, dass du da weggehst. So, jetzt brauche ich wieder Holz. Okay, jetzt kannst du Holz kriegen. Danke. Ich gehe weiter, Ferien. So, Lamba, 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 Lamba. Mein Kader macht mich verrückt. Ihr wisst gar nicht, wie unbequem das ist. Oh, da geht. Danke. Weißt du, ich hätte mich vielleicht vorher beschweren wollen. Ja, schön. Wieder Platz. Ach, ist das schön, wieder Platz zu haben. So, ich brauche wieder Wut. Ich habe mal drauf gewartet, ich wollte mich da die ganze Zeit. Wut, 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 Wut. Das hört sich gerade so an wie Putt, 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 Putt. Putt, Putt, Putt. Ich bin aber kein Huhn oder sowas. Nicht? Oh. Also, zweimal Lumber. Und dann auch das. Und dann craften wir das in Plattformen rum. Jetzt können wir eigentlich schon anfangen, unsere Wände zu ziehen. Ist das nicht toll? Wir können auch mit Holz machen, richtig? Hi. Ich habe doch gerade grün gehabt. Ah, jetzt. Geht doch. So. Wollte ich gerade sagen. Danke, dass du mich drauf hinweist. Aber ich habe immer eine Time-Mann eben herlaufen. Ja, ich weiß. 15 Minuten so dumm. Oh mein Gott. Wir haben so viel geschafft. Nicht. In der nächsten Folge seht ihr dann, wie dieses ganze Gebilde zu einem Haus wird. Und ich hoffe, bis dahin bleibt ihr dran. Bis in die nächsten Folge. Bye. Willst du nicht auch Tschüss sagen? Tschüss.